Moin Moin und herzlich Willkommen zurück. Mein Name ist Therim. Jetzt geht's weiter mit Weltvorkraft. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Jawohl. So, in der letzten Folge haben wir ein paar Devias getötet, platt gemacht. Jetzt sollen wir das wieder machen. So, das war, sollen wir blindere und ausblindere töten. Aber bevor wir das machen, würde ich eher sagen, dass wir ein paar Knolle besuchen. Die finden sich, ja, bestimmt auf dem Weg. Unterwegs sind bestimmt auch noch so Wildschweine. Das ist, glaube ich, ein guter Plan. So machen wir das. Ja, so machen wir das. Ich gehe, ähm, ich weiß nicht. Ich mache erst das. Ich gehe dahin. Dann gehen wir dahin und gehen nach unten. Macht das Sinn? Ich weiß das nicht. Wir machen das einfach. So. Ja. In der letzten Folge hatte ich da schon mein neues Add-on gezeigt. Heal-Bot. Das ist eine kleine Geschichte. Das ist zu weit entfernt. Das zeigt mir den, äh, an, wenn ein Buff abgelaufen ist. Oder wenn ich noch nicht aktiviert habe. Weil ich das auch öfters vergesse. Das zeigt mir jetzt Rot an. Oha. Weiden Zweig der Heilung und Schimm des Stiefel des Wals. Gucken wir uns gleich mal an. Ab 16. Okay. Ui. Die Zaubermacht plus 5. Aber wir haben ja eine Wache. Ein Stab. Schmuggler. Das Paralien brauchen wir jetzt nicht töten. Wir haben noch ein paar Wildschweine. Lass uns mal... Wir haben uns überlegen, wie wir jetzt am besten weitermachen. Oh, sehr schön. Was? Wie? 50? Wie? Neun. Ach Gott. Ach Gott. Ne. Dann werde ich hier keine Schweine töten. Denn euer Leder möchte ich schon gerne mitnehmen. Zoom. Denn würde ich mal sagen, wenn wir hier nicht da... Wir werden erstmal die Bande von außen ein bisschen dezimieren. Ein bisschen kleinern. Verkleinern hier. Und zack. Ich muss näher ran. Ja. Jetzt haben wir noch einen kleinen... Ein bisschen Schaden hier erlitten. Auf Zeit. Ich habe wieder... Ein bisschen Gift. Die braucht man echt. Da braucht man einen Kirchen in 50. Oh, ne, ne. Das sind ein bisschen... Ja. Da brauche ich auch eine Menge, ne. Auch 50. Da muss ich nochmal ran. Wo? Was? Was meint ihr? Und... Da reitet... Ein Nachtelf-Droide. Ein 80er. Ja. Muss ich ein bisschen aufpassen. Oh, ne. Bleib da, ne. Ich habe nichts gesehen. Überhaupt nichts gesehen. Das sind zwei zu viel. Ich komme gleich wieder. Ich muss mich einmal... Verpiss dich. Verpiss dich. Danke. So. Einmal... Auffüllen, bitte. Und... Aufgefüllt. Sehr schön. So. Brauchen wir noch ein paar... Tatzen. Ein paar Pfoten brauchen wir noch hier. Oh nein, zack. Ich habe jetzt 17. Ich habe jetzt 17. Ich habe jetzt 17. Rania, du Schläger, du. Und zack. Sehr schön. Schatten, Edelstein haben wir noch bekommen. Ja, jetzt ist die Frage, gehen wir da hinten hin? Ich würde sagen, das würde ich schon eher sagen, während einem Punkt ist es gut. Frostblitz ist insgesamt um 5 Sekunden verkürzt. So, das einmal den Versaubern, bitte. Den anderen kommst du ein bisschen dichter. Ja, dann werde ich noch eine Spezialfolge, glaube ich, machen. Indem ich meinen Beruf ein bisschen weiter ausbaue. So, wie Level 17. Das will ich, glaube ich, nicht so wirklich in der Folge haben. Schade. Hätte ja noch klappen können. Hätte noch klappen können. Dachte, hau da ab. Na gut, ähm, dann gehe ich mal so. So, ich bin an meiner Leiche angekommen. Was kann ich, wo ich gestorben bin? Sieht man das irgendwo? Irgendwo hier. Was bin ich nicht? Sieht man gar nicht, oder? Egal. Ähm, annehmen. alles aktivieren. Ein bisschen was essen wäre nicht schlecht. Was trinken wäre nicht schlecht. Hier vorne bin ich gestorben. Jetzt ziehe ich da meine Leiche. Meine Skelett. Ah, die Mücke. Siehste, ich wollte die Mücke töten. Egal. So. Ähm. So. Ich will dich eher töten. Komm mal ran. Ich will dich noch nicht werken. Ja. Trinkt dich wirklich was, ne? Ja. Aber zumindest tot. Gut. So. Zwei Tatzen brauchen wir noch. Ich würde mal eher sagen, dass wir die wir von außen ran gehen. Mal gleich ein Level ab. Fein. Und zack. Eine Pfote brauchen wir noch. Wer tatzt denn besser gesagt? Ähm. Du, Kaifersan. Du hast nichts dagegen, wenn ich mich hier bisschen hinsetze, ne? Aufsteigen könnten wir, wenn wir viermal nochmal vier so eine Viecher töten. Okay. Aber ein Viecher reicht ja. Ein Flussfote. Und zack. Tut. Fein. Und acht Tatzen haben wir. Sehr schön. Aufgabe erledigt. Ähm. Was sagt die Uhrzeit? Ja. Das könnten wir noch machen. Ich würde sagen, dass wir einmal nach oben gehen. vielleicht die Aufgabe abgeben. Dann düsen wir einmal hier rüber. Auf dem Weg nehmen wir ein paar Schweine mit. Dann düsen wir nach unten. Dann düsen wir hier nach unten. Das ist ein guter Plan. So machen wir das. Ähm. Da müssen wir. Wie viele Hopfen haben wir eigentlich? Hopfen müssen wir auch noch sammeln. Für eine Quest. Wir haben das vier. Wir haben das vier. Zehn brauchen wir. Okay. Hopp, 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 hopp. Fein. Jetzt sind wir da. Und diese Quest gehen wir dann nicht ab. Wir gehen einmal zu. Ähm. Spielkuppe. Paladin-Zweck. Jäger läuft hier oben auch rum. Kann ich euch helfen? Ja, hallo, grüß dich. Ähm. Gut gemacht, Maika. Wenn tapfere Abenteuer wie ihr selbst weitere Seiten an Seite mit der Volksmilie kämpfen, ist es durchaus möglich, dass Westphal wieder zu der reichen Kornkammer werden könnte. Die erst einmal wahr. Bitte nehmt dies in Anerkennung eurer unermüdlichen Anstrengung entgegen. Was war das gerade? Ähm. Ja, Armschienen. Er sieht gut an. Schwerguss und Erd können wir nicht tragen. Stopp, er. Jawohl. Und Level Up. Sehr schön. Ähm. Na, wo sind sie denn? Das ist doch. Sehr schön. Fein. So. Denn töten wir noch ein paar. Nicht. Ähm. Wir schauen mal. Schade, dass wir nicht in der Mitte. Wir schauen mal, dass wir nicht in der Mitte ziehen können. Hopp, 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 hopp. Was macht Sinn? Was meint ihr? Schade, lang zu einzufrieren. Hätte sich auch alles gut an. Würde ich eher sagen, oder? Was meint ihr? Und Glyphen können wir auch. Okay. Das ist jetzt neu. Mit Level 15. Ich würde eher sagen, ja. Erhöht die Schadensdauer. Frustsauer. Und 30. Ähm. Erhöht die. Frustsauer. Bop, bop, bop. Verringert die Miner-Kosten. Und erhöht euer Sauer. Bop, bop, bop. Erhöht die Dauer. Eure Kälte-Effekte. Ja. Eisspitter hört sich nicht schlecht an. Erfrierung hört sich nicht schlecht an. Na, ich lass mich noch ein bisschen. Bedenkseid. So. Denn, junger Kaifersahn, komm ran. Level 50. Nicht schlecht. 42. Und die brauche ich da hin lieber. Anvisieren. Achst du nicht? Aber irgendwie ein Leder, das ist auch gut. So. Aber ich krieg ich keine Leder. Muss ich echt die Großen töten dafür, ne? Zwei Stück hab ich doch schon mal rausgekommen. Schnauze. Eber-Hauer und Eber-Rippen. So. Wie schon gesagt. Ich möchte gerne auf 50. Und jetzt bin ich auf 45. Bop, 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 bop. Nicht schon wieder. Nö. Nö. Jetzt mach ich aber keinen Schnitt. Da füß ich direkt. Ja. Wenn die Nägel sind. Und. Zack. Annehmen. Ärgerlich. Das ist zu weit entfernt. So. Und wegen. Näher ran. So. Einmal aktivieren, bitte. Dankeschön. Und essen. Das ist ja das Praktische an einen Magier. Kann sein Essen. Ja. Herbeizaubern. Braucht man dafür nix kaufen. Erstmal. Außer wenn man ja. Außer wenn man ja Bufffood machen möchte. 46. Ich muss mal überlegen, wo ich eigentlich lange möchte, da lang ist ein paar Devias, möchte ich jetzt auch gerne besuchen, außer die haben eine Truhe für mich und hier haben sie nicht, da läuft noch ein Greifelzahn rum, ja drei müsste ich noch töten, kriegen wir noch irgendwo Wildschweine gebracht, oder Kojoten an Rudelanführung, das ist auch in Ordnung. Level 11, alles in Ordnung, da hinten ist noch so ein Kojote, Level 10, das kriege ich hin. So gehört sich das, von Weitem gestorben und 50 erreicht, das ist gut. Da wollte ich hin, so, dann gehen wir einmal da lang. Sollen wir einen Kompass finden? Wir müssen erstmal irgendwie nach unten. Ja. Zwischendurch nehme ich natürlich auch noch ein paar Schweine mit. Okay, die beiden sind also mehr. So. Oh, das ist schön. Na, Renu. Intelligenz. Toss 3. Cool. Ja, das behalten wir natürlich. Der Stab, wenn es gab, das können wir kaufen. Das brauchen wir jetzt nicht so wirklich. Komm, Ordnung hier drin. So. Jetzt sind wir bei Alexas Bauernhof angekommen. Gucken wir mal, ob wir hier so irgendwie vorbeischleichen können. So, ihr Lieben, wir sind angekommen beim Alexas Bauernhof. Da drin befindet sich irgendwo, ja, diese Kompass. Das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich würde mich wie ein Daumen hoch freuen. Ich würde mich für einen Kommentar freuen. Und wenn du nächste Folge wieder einschalten würdest. So, ich bin jetzt weh wie weg und tschüssi.